Mehr als 1000 Menschen haben am Nachmittag in Berlin gegen staatsanwaltliche Ermittlungen gegen die Betreiber des Blogs netzpolitik.org demonstriert. Die Journalisten waren wegen Landesverrats angezeigt worden, weil sie als geheim eingestufte Verfassungsschutzdokumente veröffentlicht hatten. Nach Kritik in den Medien und aus der Politik hin bis zu Rücktrittsforderungen will Generalbundesanwalt Range die Ermittlungen jetzt ruhen lassen, bis ein Gutachten vorliegt.